Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Donkey Derby aus dem Franyos Verlag. Ein Spiel für 2-5 Spieler ab 9 Jahren, mit einer Dauer von ca. 30 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Donkey Derby. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine mehrsprachige Anleitung, dann gibt es hier einen großen Spielplan, dann gibt es hier unseren namensgebenden Esel und hier noch einen Würfel und ein bisschen Spielmaterial. Für unsere Spieler, darunter eben ein paar Wettchips und auch hier so ein Spielerplättchen. Ja, das ist er schon, der komplette Inhalt dieser Spiele-Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert wie folgt. Ihr braucht auf jeden Fall immer alle Esel und die stellt ihr einfach mal in beliebiger Reihenfolge hier auf dieses Startfeld drauf. Die Spieler besitzen also nicht eine Farbe, sondern es wird mit allen Farben gleichzeitig gespielt. Und da müssen die Spieler eben darauf wetten, wer als erster wohl ins Ziel kommt. Dazu bekommt jeder Spieler hier so einen Marker, dass er weiß, welche Farbe er spielt. Und dann noch drei dieser Wettenmarker, die er im Laufe des Spiels dann eben einsetzen kann und seine Wetten platzieren, welcher Esel er glaubt, dass als erstes ins Ziel kommt. Ja, den Würfel legen wir auch noch bereit und damit haben wir den Spielaufbau auch schon erledigt. Und ich lese euch mal die Spielidee vor. Fünf Esel veranstalten ein Wettrennen. Jeder Spieler versucht möglichst frühzeitig vorauszusagen, welche drei Esel als erste im Ziel ankommen. Früher abgegebene Wetten werden, wenn sie richtig sind, mit höheren Punktzahlen belohnt. Wenn die ersten drei Esel im Ziel sind, gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Ein Spieler macht den Startspieler und beginnt das Spiel mit einer Wettrunde. Eine Wettrunde findet immer bei jedem Wechsel zwischen den Spielern statt. Und dabei darf immer erst der Spieler, der gerade an der Reihe ist, jetzt im Moment der Startspieler, eine Wette abgeben, wenn er das möchte. Und dann im Uhrzeigersinn auch die anderen Spieler. Und dann wird erst gewürfelt. Nach dem Würfeln wechselst du dann zum nächsten Spieler. Es kommt wieder eine Wettrunde. Der Spieler, der dann den Würfel hat, darf als erster wetten. Dann wieder im Uhrzeiger sind die anderen Spieler. Und auch dann wird dieser Spieler, der jetzt gerade den Würfel hat, würfeln und die Esel bewegen. Also wichtig ist immer, eine Wette kommt immer, bevor man würfelt. Und deswegen muss sich jetzt der Startspieler überlegen, unser Spieler grün, möchte ich schon mal eine Wette abgeben. Momentan stehen alle Esel am Start. Ist vielleicht eher schwierig, jetzt schon eine Prognose abzugeben, wer das Rennen machen wird. Aber wer natürlich frühzeitig wettet, kriegt die besseren Plätze, die dann auch mehr Punkte wert sein werden. Ist natürlich auch dann viel risikoreicher. Natürlich kann man, wenn man sich schon mal festlegt, dass dieser Esel gewinnen muss mit dieser Farbe, sich beim Würfeln schon mal darauf konzentrieren, diesem Esel halt besonders viel abzugeben. Allerdings werden dann die Mitspieler diesem Esel natürlich auch besonders wenig Würfelaugen abgeben, um ihn zu bewegen. Das ist ein lustiger Teufelskreis, wo man eben schauen muss, wann wette ich oder wann wette ich nicht. Ich bin jetzt einfach mal mutig und sage, ich wette jetzt gleich mal auf den roten Esel. Die erste Wette geht immer von oben nach unten, sieht man auch hier an den Pfeilen. Das heißt, das erste kommt hier auf das Win-Feld drauf. Und wenn ein Feld besetzt ist, darf auf dieses Feld natürlich keine zweite Wette drauf. Aber natürlich darunter, es gibt insgesamt fünf Felder, die genau diesen fünf Feldern hier entsprechen von dieser Punkteleiste. Und hier sieht man schon, der erste Platz kriegt dann eben der Spieler, der darauf gewettet hat, 40 Punkte. Und der zweite Platz 28 und so weiter und so fort. Also hier kommt es dann darauf an, dass der Esel eben auch gewinnt, auf dem man wettet. Und dann kriegt man entsprechend die Punkte. Das ist ganz cool gemacht, weil am Schluss schiebt man einfach diese Sachen von den ersten drei Plätzen hier auf diese Felder rüber. Und dann kann man genau ablesen, welcher Spieler wie viele Punkte gemacht hat. Das ganze Spiel läuft eh relativ schnell, das können wir mal ganz kurz durchspielen. Und jetzt wird eben der andere Spieler noch gefragt, möchtest du auch eine Wette abgeben? Er sagt, nee, will ich noch nicht. Und jetzt ist er dran mit Würfeln, unser Startspieler. Dieser würfelt jetzt genau fünfmal. Das heißt, es wird für jeden Esel einmal gewürfelt. Und nach jedem Würfeln darf ich einen Esel bewegen. Ich muss die komplette Augenzahl gehen. Ich darf immer raussuchen, welchen Esel ich bewegen möchte. Am Anfang habe ich nur alle fünf, dann werden es halt immer weniger. Also ich würfel mal, habe jetzt eine Vier. Das Höchste ist eine Fünf. Es gibt auch eine Niete. Das heißt, bei einer Vier sage ich jetzt, ha, das lasse ich doch gleich mal hier meinen Favoriten. Eins, zwei, drei, vier gehen. Und damit man sich merkt, dass der schon gegangen ist, kann man ihn einfach hier so klack den Kopf runterkippen. Dann weiß man, mit dem bin ich schon gelaufen. Jetzt sind nur noch vier am Start. Ich würfle ein zweites Mal eine Eins. Na gut, lasse ich mal hier den weißen am Eins gehen. Nächster Würfelwurf, wieder eine Eins. Den gelben vielleicht. Nächster Würfelwurf, eine Zwei. Nehme ich mal den grauen. Eins, zwei. Und dann ist der braune noch mit einer Eins. Und fertig bin ich. Dann setzt man die ganzen Esel wieder zurück. Und der blaue Spieler in unserem Fall ist jetzt dran. Jetzt wird er gefragt. Möchtest du denn eine Wette abgeben? Jetzt sagt er auch, ja, ich möchte es auch wetten. Und ich wette es einfach mal auf Gelb, dass der gewinnt. Unser Startspieler von vorher. Möchtest du auch eine Wette abgeben? Der sagt, nee, ich gebe es keine Wette ab. Ich warte noch. Und jetzt würfelt er hier drüben fünfmal. Eine wichtige Sache ist es. Sobald der erste Esel über die Ziellinie gelaufen ist, darf nicht mehr gewettet werden. Das heißt, bevor der erste Esel hier drüber kommt, muss ich alle meine Wetten abgegeben haben. Ansonsten verschenke ich wertvolle Punkte und kann wahrscheinlich das Spiel gar nicht gewinnen, denn es sind wirklich viele Punkte, die es hier gibt. Also ich muss, bevor der erste Esel hier die Ziellinie überquert, auf jeden Fall meine drei Wetten abgegeben haben. Gut. Blau sitzt dran. Würfelt los, hat eine fünf. Und sagt natürlich, ich habe natürlich hier auf den gelben gesetzt. Also geht es los. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zieht der gelbe vorwärts. Kopf nach unten. Einen habe ich gewürfelt. Ach, den gönne ich doch mal dem roten. So wenig wie möglich. Dann würfel ich weiter eine vier. Nämlich den grauen. Eins, zwei, drei, vier. Dann würfel ich den nächsten. Noch mal eine fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann geht es hier vorne ganz schön zu auf den ersten Plätzen. Und eine eins. Unser weißer kommt nicht besonders weit. Wir setzen alle wieder zurück. Und unser grüner Spieler ist dran. Auch der wird gefragt, möchtest du eine Wette abgeben? Er sagt, ja, ich möchte jetzt einfach mal auf den grauen wetten. Und er hier drüben wird gefragt. Willst du auch noch eine Wette abgeben? Er sagt, ja, jetzt gebe ich auch noch eine ab. Und ich wette auf den braunen. Grün ist dran. Wirfelt los. Hat eine eins. Sagt, gut, die eins, die gebe ich jetzt dem grauen. Ne, schon mal den grauen habe ich gewettet. Den braunen. Vor allem, den hast du gewettet. Ich würfel das nächste. Eine eins. Da hast du noch den gelben. Auch der kriegt nur eine eins von mir. Dann würfel ich wieder. Eine drei. Eins, zwei, drei gebe ich mal dem grauen hier. Ich würfel noch einmal eine vier. Das kriege ich meinem roten. Eins, zwei, drei, vier. Und dann kriegt der letzte eine zwei. Eins, zwei ab. So. Und jetzt ist der blaue wieder dran. Wird wieder gefragt, willst du wetten oder nicht? Er sagt, nö, will ich nicht. Der grüne will auch nicht. Also ist der blaue dran mit Würfeln. Eine fünf. Die gibt er natürlich einem von seinen Eseln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zweiter Wurf, eine null. Da sagt er noch, das gebe ich doch mal dem roten. Der darf stehen bleiben. Also null ist stehen bleiben. Eine weitere fünf. Die muss ich meinem braunen hier geben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine vier. Eins, zwei, drei, vier. Geben wir mal dem grauen. Und eine fünf. Müssen wir jetzt hier hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dem weißen geben. Dann habe ich auch wieder alle gewürfelt. Unser grüner Spieler ist wieder dran. Wird gefragt, willst du deine Wette abgeben? Jetzt geht es schon Richtung Zielgerade. Jetzt sagt der grüne Spieler, okay, ich wette jetzt einfach auch mal auf gelb. Und auch der blaue sagt, ja, dann wette ich jetzt auch mal. Und ich sage einfach, ich wette auf rot. Ich darf auch mehrfach auf meine Farbe wetten. Also ich kann auch sagen, nee, ich bin mir ganz sicher, dass braun gewinnen wird. Und mache hier eine zweite Wette drauf. Auch das ist erlaubt. Ist natürlich gefährlich. Grün ist wieder dran. Würfelt eine Einsack. Na gut, den Einsack gebe ich mal deinem Superesel hier. So, dann würfeln wir eine Zwei. Das geben wir dem grauen, bin ich selber. Also dem gelben bin ich auch mit drauf. Ich nehme den da hinten. Eins, zwei. Eine Eins. Oh Gott. Die Eins gebe ich dann, dann gebe ich den die im gelben wenigstens. Und dann eine Drei. Dann nehme ich meinen grauen. Eins, zwei, drei. Und dann einmal würfeln. Eine Zwei. Für meinen roten ist es nicht besonders viel. Alle sind gewürfelt. Und wir stellen sie wieder zurück. Hier mit dieser Brücke kann man auch noch eine Sonderregel spielen, wenn man das möchte. Ein Esel, der auf der Brücke zum Stehen kommt, der muss in der nächsten Runde aussetzen. Kann man spielen. Wer möchte, muss man nicht. Ich spiele mal ohne. Wetten können wir nicht mehr. Also ist der blaue Spieler dran. Würfelt eine Eins. Die Eins gibt er dem grauen. Er würfelt eine Zwei. Die gibt er dem roten. Er würfelt eine Vier. Die gibt er seinem braunen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann haben wir noch den gelben und den weißen. Dem weißen gibt er die Null. Und dem gelben die Eins. Und schon haben wir wieder alle durch. Wieder alle zurückstellen. Der grüne Spieler ist dran. Gewettet wird nicht mehr. Eine Eins. Die gibt er dem braunen. Dann eine Fünf. Die gibt er natürlich seinem grauen. Sagen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir noch eine Zwei. Die gebe ich mal dem gelben. Dann kommt eine hohe Zahl noch. Eine Drei. Na gut. Eins, zwei, drei. Dem roten. Und eine Drei. Auch für den weißen. Auch wieder alle fertig. Und wir werden jetzt gleich die Runde beenden. Der blaue Spieler ist dran. Würfelt eine Eins. Die gibt er mal hier dem weißen. Dann würfelt er eine Null. Die gibt er dem roten. Dann würfeln wir eine Vier. Die gibt er natürlich eins, zwei, drei, vier. Hier seinem braunen. Wir würfeln eine Eins. Die gibt er dem gelben. Und der letzte ist der graue. Jetzt schauen wir mal, ob das Spiel vorbei ist. Also nicht vorbei, sondern der Sieger feststeht. Ja. Wir kommen über die Ziellinie. Überzählige Punkte verfallen. Und wer hier drüber ist, kommt einfach auf die entsprechende Platzierung drauf. Jetzt darf nicht mehr gewettet werden. Jetzt werden nur noch weitere zwei Tiere ins Ziel gezogen. Das heißt, unser grüner Spieler ist wieder dran. Er würfelt eine Eins. Gibt er mal den weißen. Er würfelt eine Vier. Da holt er mal sein rotes. Eins, zwei, drei, vier nach vorne. Er würfelt eine Null. Jawohl. Die gibt er dem braunen. Und er würfelt eine Eins für den gelben. Und fertig ist es. Jetzt ist unser blauer Spieler nochmal dran. Dann, er würfelt natürlich mal eine Null. Die gibt er dem roten. Er würfelt eine Fünf. Sagt er, das ist wurscht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zweiter Platz für Gelb. Und ich würfel hoffentlich nochmal eine Null. Dann hierfür den weißen. Und eine Drei auch hierfür. Es sind alle im Ziel. Wir haben also drei Stück im Ziel. Unsere Sieger stehen fest. Jetzt werden einfach die Siegermarker rübergeschoben. Also die beiden braunen hier drauf. Die vom gelben hier drauf. Und die vom grauen hier drauf. Die Spieler zählen ihre Punkte zusammen. Und schon weiß man, wer das Spiel gewonnen hat. Das war sie. Meine Spielevorstellung von Donkey Derby aus dem Franyos Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus macht's das gut. Euer Michael.